Jo, einen noch. Und zwar mit Eden. Wer hätte es gedacht, ne? Ähm... Die 20 erreicht. Mal gucken. Oh, oh! Und zwei Striche Damage. Nur ein Herz. Und was war das? Ach, hier dieses Geschenk, ne? Und Curse of the Darkness und wir haben Monster Manual. Ach, ich wollte schon drücken. Okay. So, das heißt erstmal... ganz gechillt. Gucken, dass wir irgendwoher blaue Herzchen bekommen. Am besten hier ist es schon so aus einem Steinchen hier. Das wäre sehr nett. Nein? Okay. Rote Herzchen. Ach, war ja klar. Ich muss trotzdem mal in die Kiste dran. Na, jetzt bräuchte ich halt einen Schlüssel für den Shop, ne? Warum bin ich denn gleich in den Shop gegangen? Ach, das sind sogar zwei. Scheiße. Noch kein einziger Gegner. Ach, hier. Und gleich ein Dicker. Wenn der mich trifft, bin ich tot. Oh! Das war verdammtes Glück. Aber verdammtes Glück. Warum ist es wieder ein Dicker? Wenn der mich trifft, bin ich tot. Was ich nur gesagt haben. So schnell kann ein 20er Streak beendet sein. Boah, der schießt sogar durch die Wände. Wie viel der aushält. Ich habe zwei Striche Damage. Wie viel der aushält. Wahnsinn. Komm, gib mir irgendwas. Komm, gib mir was Schönes jetzt, bitte. Ui. Mini-Marsch. Ja, ist okay. Aber ist jetzt halt auch nicht der Burner, ne? So, definitiv. Das war verdammtes Glück. Der ist doch direkt neben mir explodiert, ne? Sonst könnte einfach irgendwo ein Herzen droppen jetzt. Bitte, 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 bitte. Und ein Schlüssel. Schlüssel wäre auch gut. Und dann hoffen wir auf den Shop. Eine Bombe. Oh, die Ebene ist durch, ne? Scheiße. So, jetzt Geheimraumsuche. Hier könnte er auf jeden Fall sein, hier unten. Und hier oben. Hier rechts könnte er auch sein. Ausschlussprinzip. Okay. Hier rechts kann er nett sein. Das heißt, er könnte hier sein oder da unten. Ich glaube ja, dass er hier unten ist. Scheiße. Scheiße. Das heißt jetzt, Boss machen mit einem Herzen. Und hoffentlich einen guten Begleiter. Das ist Larry. Okay, immer nur schön von vorne treffen. Oder von hinten. Okay. Mach einfach. Der ist super lang. Und immer hier schön. Und das ist ein Special Larry. Macht er mir da noch mehr Schaden? Sind es zwei? Nein, es ist nur einer. Okay. Ich habe diese Superfly. Scheiße. Jetzt sind es zwei. Okay. Es ist wieder nur noch einer. Es sind wieder zwei. Er ist down. Es gibt ein Herzchen. Ja, ich musste mit einem Herzen zum Boss. Ich hatte keine andere Möglichkeit mehr. Ich kann auch mit meinen 17 Münzen jetzt nichts machen. Ich habe sonst nichts. Ich muss weiter. Das ist ja noch schlimmer. Nerven aufreibender als ein Ding ins Kirchen. Wie heißt es? Als Einstrich Damage. Gut. Trotzdem weiter konzentriert spielen. Oh nein. Oh, danke. Der Mini-Marsch hat mich gerettet. Hätte ich nicht geschafft ohne das Item. Juhu. Schatz, wie gesagt, echt bombig, ne? Durch diesen Schnuller jetzt noch. Sau geil. Okay, ich hätte gerne Bomben. Oder Schlüssel. Ich brauche jetzt mal einen Schlüssel. Kommt nix. Oh Mann. Hat der Tobak. Eine Bombe. Okay, aus der Bombe können wir zwei Bomben machen. Ziegen wir ein Steinchen. Nee, ist kein Steinchen. Dann machen wir daraus zwei Bomben. Das hilft uns auch nicht wirklich groß weiter. Aber besser als nichts. Hier könnte Geheimraum sein. Dann könnte ich mich auch reinsprengen. Gucken wir gleich mal. Darum gibt es noch mal Bombe für Bombe. Okay, bringt auch nix. Uh. Ja, da konnte ich nur nach hinten weg. Da war ein Stein im Weg. Da wäre ein Schlüssel. Den hole ich mir auch gleich mal. Natürlich hole ich mir den. In dem gehen wir erstmal in den Alts im Raum. Scheiß auf den Shop. Ich habe gerade gesehen, der gute Haul streamt auch, ne? Naja. Da kacke ich es natürlich ein bisschen ab. Aber wurscht. So. Komm, es soll irgendwo ein blaues Herz hier noch drin sein jetzt hier. Da ist der Boss. Ja, unnötig. Da brauche ich gar nicht hin. Da drüben ist eine Cade Room. Da könnte ich hin. Aber wir machen erstmal den Boss. Monstro, hallo. Und wir bekommen was für einen Begleiter? Hä, gar keinen? Daddy Long Legs oder so? Was ist das für ein Begleiter? Wahrscheinlich einer, der erst erscheint, wenn ich Damage bekommen habe oder so. Sehr nett. Drei Kisten. Ja, nicht so gut. Nicht rauslaufen. Äh, äh. Nein, nein, nein. Das nimmt der gute, glaube ich, nicht mit. Nein, es geht weiter. Scheiß auf der Cade Room. Curse? Nein. Okay. Gut. Schatz wird es tipptopp. Und wir haben mittlerweile auch vier Stäche Damage. Das ist nice. Was haben wir hier? Nein. Außer wir bekommen keinen Schlüssel. Dann mache ich das. Na, kann er gar nicht sein. Fuck. Was ist das für ein Raum? Den habe ich auch noch nie. Aber hier ist doch gut. Yes. Yes. Sehr wichtig. Ich kann da rüber, aber da kann ich auch so rein. Okay. Okay. Okay, langer Raum. Oh, wies. Es gibt Damage. Shit. Komm, gib mir ein Steinchen. Gib mir was Gutes. Yes. Sehr wichtig. Noch mal ein Tieres ab. Fett. Also da habe ich jetzt echt keine Probleme mehr damit. Oh. Das macht noch ein Shotspeed höher, ne? Was haben wir hier? Broken Stopwatch und ein Herzchen. Broken Stopwatch ist halt, äh, fies. Kann fies sein, aber ich nehme es mit, ne? Das war unnötig. Boah. Das war verdammt unnötig. Boah, der schießt doch hier runter. Ah. Mann. Traum, 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 Traum. Echt ein Traum. Ist hier der Boss? Ja, hier ist der Boss. Gehe ich dann überhaupt noch da hoch? Ne. Ah, das ist hart. Scheiß Begleiter für den hier. Ey. Schon wieder so ein Bandage-Teil. Es gibt kein Devil-Deal. Okay. Ja, letztens, Devil gab es halt Kisten, ne? Da muss ich mal gucken. Echt? Der ist doch verlangsamt. So weit fliegen doch dem seine Kugel gar nicht. Es gibt Steam-Sale. Das ist nett. Das ist wichtig. Und fett Kohle. Na, ich nehm den mit. So. Aber echt aufpassen jetzt. Diese Viecher, ne? So, das ist auch safe eigentlich. Ja. Tschüss. So, das Feuer machen wir noch aus. Wir haben jetzt Steam-Sale. Das heißt, wir können jetzt fett einkaufen, wenn wir den Shop finden. Die sind verlangsamt. Sehr nett. Danke. Oh, das ist ja perfekt. Das Baby. Und? Okay. Okay, infested. Oh, Gott, wie soll ich so ein Glück-Lachs-Lach-Ding? Ich stelle den da direkt raus. Kleiner Arsch. Ich muss echt langsam mal spielen. Okay. Komplett useless, das Item. Also, wirklich absolut, absolut für den Arsch. Da ist der Shop. Die Bible ist doch schon mal okay. Äh, ne, das brauch ich nicht. Das hier nehmen wir noch mit. Und den Schlüssel. Teste ich es natürlich. So auffällig, das muss ja auch irgendwann mal klappen. Oh, jetzt wird es interessant. Die sollte eigentlich aufhören. Die sollte aufhören. Okay. Gut ausgegangen. Es war unnötig alles, aber gut ausgegangen. Der GB-Bug ist unnötig. Er ist komplett unnötig. Oh, die könnten wir mitnehmen. Follow. Komm, jetzt setzen wir auch mal Bible ein. Da können wir jetzt rüberfliegen. Das ist nett. Da brauchen wir jetzt wirklich bei Mom, ne? Bei Bible. Da ist noch so ein kleiner. Und es gibt... Sehr schön. Da gibt es nochmal Herzchen. Coole Sache. Richtig gut. Beim Shop noch was. Nicht wirklich was Interessantes. Ne, ich gehe weiter. So, that's XL. Okay. Okay. Gut. Und verlangsamt. Das ist auch nett. Ach, ich kann nicht fliegen. Nichts. Wieder so unnötig. Ich habe mir doch gedacht, dass es hier irgendwo weitergeht. Der GB-Bug macht anscheinend doch ganz gut Schaden hier, ne? Jetzt hätte ich gern die Bible schon ready. Okay. Was ist so klar, dass das passiert? Oh, jetzt sind wir schneller. Ja, die sind schneller. Aber egal. Okay, Bible is ready. Wenn etwas Böses kommen sollte. Das ist nichts Böses. Wo denn? Da hinten. Schmeißt da noch. Zwei Itemräume gibt es hier noch, ne? Ach, ich gucke mal rein. Den muss ich auf jeden Fall kaufen. Die Piggy Bank lohnt sich die jetzt noch? Nicht wirklich, ne? Der Boomerang auch nicht. Und das ist alles nichts. Alles nichts. Da wären die Bosse. Ich brauche aber noch ein Item in den Linksraum. Okay. scheiße dreck kommt nichts zusammen irgendwie schaden haben wir vier eigentlich mehr im schalter schatz geht so ist er hier unten Oh, das ist auch so ein fieser Haus. Okay, hat gereicht. So. Waffen wir doch mal auf Gappi. Speed. Oh, Balls of Seal gibt's auch. Das ist nett. Der Devil. Okay, da gibt's noch ein paar Schlüssel. Ja, einen können wir uns nehmen. Ich hab noch keinen einzigen Itemraum, ne? Wo ist das der erste? Jetzt machen wir noch eins. Obwohl, wir gucken mal. Ah. Das hier wollte ich noch machen. Du schaust auf ein Herzchen. So, wo ist der zweite Itemraum? Wo ist er? Warten wir zu lang warten, Mann. Und hier gibt's... Auch cool, aber... Hier geh ich auch noch mal rein. Chara. Ich nehm jetzt Schara mit. Äh, kann ich eigentlich zum Boss, ne? Weiter Itemräume und... Ähm... Dingenskirchen durch. Kann ich zum Boss, ja. Kleinen Moment. Ganz kurz was gucken. So. Los geht's. Ja. Genau zum Boss. Was? Nein! Und treffen lassen. Okay. Piskus würde ich jetzt feiern. Das wäre riesig groß. Oh, eine Pia. Was soll ich machen? Ich muss ja mitnehmen. Ähm... Der ist instant down. So, zack. Schon mit der Bibel weggefetzt. Jetzt kommt Krampus. Ja, das war so klar. Natürlich. Natürlich. Sperr. Cool. Yes. Super. Hat sich gut. Noch zwei Herzchen. Okay, weiter. Ich seh halt noch gar nix, ne? Ah, ich muss sich ausweichen und dann... Shit. Naja. Okay. Oh Gott, ein Laserauge. Mach das Laserauge platt. Das sind so Räume, da kriegst du alle einfach ein Damage. Was willst du machen? Hey, die Items sind nicht so gut wie im letzten Run. Oh Gott, ein Stopwatch ist okay. Das war's dann aber auch. Hi. Oh. Komm mal hier, Ben. Bitte Bandageball. Ach so scheiße. Das ist jetzt in der Mitte so ein Teil. Das heißt, kann ich gar nicht. Gut. Nochmal so viel, ja. Scheiße. Okay. Hat gepasst. Jetzt muss das aber auch mal einen Vorteil bringen. Einen Vorteil bringen hier. Oh Gott, das will. Na ja, wo kam der Typ jetzt her? War das drei? Ach, das waren drei. Okay, verstanden. Kommt aber auch null, ne? Alles zackgassen hier, Mann. Der Klassiker mal wieder. Ach so, den kann ich ja einfach mit dem Bandage-Tick kaputt machen. Explodiert der? Ja. Ich glaube, ich lege das Teil jetzt ab. Ich habe noch Chara. Ich muss bedenken. Okay. 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 Oh, die sind schneller. Oh Gott. Was ist noch da? Ach so, noch so ein Teil. Zwei noch. Das ist schon der Boss. Es ist wieder gar nichts passiert, ne? Ich glaube nicht. Das wäre jetzt super, wenn ihr auch noch so ein Teil wäre. Oh nein. Oh. Oh mein Gott. Fünfmal kommt er so ein bisschen runter. Ne, dreimal nur bei denen. Aber den triffst du halt fast nicht, wenn der so weg geht. Dann kommt dieser Random Stomp. Der ist scheiße. Gut. Bloodcloth. Wieder kein Devil Deal. Unglaublich. Scheiße. Soll ich da unten reingehen? Was ich noch probieren könnte, ist, ob der Geheimraum hier nebendran ist. So, das wäre dann auf dieser Ebene. Das heißt hier... Nein, auch nicht. Okay. Dann kann ich natürlich auch nicht rein. Das wird noch eng. Letzter Run war recht easy peasy, aber der wird noch eng. Ja. Mein Lieblingsgegner. Klar, Sackgossen. So, der explodiert jetzt aber nicht. Gut. Kann ich schon wieder nicht rein. Ah. Die macht ja auch. Okay. Ich habe nichts, was mir Herzen gibt. Ich habe eigentlich gar nichts, außer einen fetten Schatzbeat. In den Mangel genommen worden. Oh, fieser Raum. Das ist echt so ein Amokraum, ne? Nein, jetzt... Was willst du da machen? Der kommt halt von oben und schießt. Und hält noch einen Haufen aus. Jetzt aber... Boah, dreieinhalb Herzen noch. Und nichts in Aussicht. Könnte doch aber auch mal irgendwie ein blaues Herzen drauf, wenn ich jetzt Shara einsetzen kann. Okay, habe noch gereicht. Joa, teilweise Piercing Shots ist okay. Das war es aber auch, ne? Das muss ja... Creed. Nein, kein Creed. Okay. Bitte eine Joker-Karte. Two of Spades. Ja, da kann ich auch nichts machen jetzt. Da kann ich auch wieder nichts machen. Oh mein Gott. Oh, zum Glück war langsam. Alles gut. Also die Broken Stopwatch war schon Gold wert. Droppe eine Troll-Pombe. Pompe. Na, da muss ich mit drei Herzen in die Kathedrale. Jetzt aber mal ein Devil-Deal oder so. Ein Angel-Deal. Mit... Mit... Godhead. Yes. Oh mein Gott, ist das fett. Und der gute Slytherin ist nicht mehr da, ne? Hat der mir das nicht vorhin gesagt? Hat der mir das nicht am Anfang gesagt? Ja, der hat mir das gesagt. Der hat heute Godhead gefunden. Ich soll es nachmachen. Der wird sich schön in den Arsch beißen, ne? Aber trotzdem nur dreieinhalb... Ich könnte es zu harsch sogar. Nee. Nee. Jo, das ist fett. Das ist das erste Mal, dass ich Godhead in einem normalen Run finde. Ich habe bisher Godhead nur über... den... den... Creed-Mode-Dings bekommen. Mit meinem Game Break, als ich die 1001% voll gemacht habe. Okay, das ist trotzdem fies. Gott, ist das göttlich. Boah, das hat den Run vielleicht noch gerettet. Naja, erst mal schaffen. Oh Gotthead, guck mal, wie groß die Tränen jetzt sind. Für dich, äh... Mr. Chiller, es zählt der Kreis außenrum. Der Beleuchtete. Das ist halt mächtig. Komm, gib mir ein Herzchen. Ich brauche hier das Herzchen. Ja, nicht so nett. Nein, gib mir ein HP ab. Kein Herzchen. Das mit der Range, das ist halt super fett. Loki, mein Freund. Direkt schon der Boss. Das ist ja cool. Aber das stimmt. Okay. Das ist halt super. Man trifft den jetzt halt... Nein! Man trifft den jetzt halt so toll. Das mit der Schatzpeak ist halt... ...einfach göttlich, sag ich mal. Ist ja auch der Godhead, ne? Okay. Gut. Die Left Hand habe ich schon abgelegt. Das ist wichtig. Sonst wären jetzt vier rote Kisten da, anstatt vier goldene. Boah, ist ja echt ein kleiner Traum. Das war so... Das wäre so schwer geworden jetzt. Nierensteine will ich nicht. Ja, gut. Den kann man mitnehmen. Die Bible brauche ich jetzt nicht mehr. Das ist auch wichtig. Ich glaube, ich nehme den hier mit. Denn der macht es ja, dass ich ab und zu mal ein Herzen bekomme, ne? Ach, und ich habe es aufgenommen. Warum habe ich nicht Shara gedrückt? Ich muss da runter. Okay. Mit Homing natürlich, ne? Habe ich ganz vergessen. Sehr cool. Oder ist es Homing? Ja, ist Homing, ne? Ich weiß gar nicht mehr, ob ich Homing hatte. Ja, doch. Ich habe beiden Runs gerade jetzt. Doppel... Fuck, mega fett hier. Was haben wir hier noch? Epic Feetus mit Godhead? Was macht das? Oder ist das Dr. Feetus mit Godhead? Ne, das ist Epic Feetus, oder? Ist das Epic Feetus oder Dr. Feetus? Crypto, Ben. Du weißt das doch bestimmt. Ich kann das nie unterscheiden. Ich kann ja mal kurz weitermachen, bis dann eine Antwort kommt. Epic Feetus. Ah, das heißt Reusable Airstrike die ganze Zeit. Ist das sinnvoll? Ne, das ist nicht sinnvoll. Ich brauche hier den Shotspeed, ne? Ich brauche hier den Shotspeed. Ja, das war auch klar, dass der jetzt nochmal kommt. Der ist die Mann. Ach hier, komm. Ja, nimm du das. Genau. Keiner hat dran gedacht. Ja, das ist Blödsinn, das jetzt zu nehmen. Ach, lass doch die Münzen in dem guten Creed. Nochmal. Liegt jetzt auch schon wieder zweimal da, ne? Ne. Zu riskant. Geht an, der springt nochmal. Jo, da macht Gott halt echt keinen Sinn. Ah, klar. Ah, das ist nett. Oh, ist das der Böse? Nein, ist ja normal. Okay, jetzt ist auch Wurscht. Ist auch Wurscht, die sind verlangsamt. Komm. Oh, stimmt. Der macht ja hoch. Ah, ein bisschen zu spät, sondern so. Egal. 21. Ja, auch mit Dr. Feet das, ne? Auch Blödsinn. 21. Mensch, war das ein lustigererer. Cool. Sehr, sehr cool. wenn du ja mal wiederholst, �� wundervat.